ich komme nicht drauf okay jetzt will ich ehrlich gesagt einfach nur ich muss dazu sagen ich gebe es mal einfach das ist eine kartoffel kartoffel ich habe eine idee ich nicht ja frisch ist du bist ganz nah dran wie willst du denn mit der kartoffelpuffer zeichnen ich hatte noch entspannt zur auswahl und es war das andere ich glaube fieber oder so entspannen ein hahn nein okay ich glaube ich habe ja obwohl also wenn ich da bin müssen wir echt über sein schönes problem das war schlecht ich hab's richtig das denn keine ahnung wir verstehen uns halt auch so okay jetzt will ich auch raus wenn ich es vorher nicht erraten hätte ach so da gibt es ja so laschen an dem ding ich meine da gibt es auch ein anderes wort für ich will das nicht verraten weil eventuell könnte das ich kann genauso geil zeichnen wie ich fernglas das war super okay ich sage nur so viel das hat mir schon mal ich verrate mich immer so viel warum nimmst du das gleiche normal weil ich will dass ihr dass ihr durchaus ach nee wieso machst du sowas ganz einfach weil ich will dass ihr jetzt ja was bekommt ist ja langweilig jetzt so du hast doch gar nicht fertig genau ich wollte noch den fußball machen naja plus der rest war nicht besonders toll also dementsprechend ja frau LP dann denken sie mal los ja wir fang gerade an wir sind in der letzten runde fang gerade auf nicht ein ja okay das war einfach oh salat was ah ich hab's jawohl so dg dg oh okay diese größe schon nebenbei das könnte neun wörter äh neun buchstaben nicht neun wörter wieso bin ich neun neun wörter steckt gut dann dann okay es ist ein ball der nein ach gott wieso wie soll ich das machen einfach ein schatz haben okay ich glaube ich habe eine idee was es sein soll ja ich weiß es ist wieder unglaublich schlecht aber ich habe echt keine ahnung wie es anders was zeig mir so äh okay also es hat okay k ja neun 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 Ein Drogen-Junkie. Gute Idee, frisches Keksstärm. Das hat irgendwas mit Keks zu tun. Oder? Wetten? Nein! Das ist nicht dein Ernst! Nein! Nein! Wirklich? Nein! Doch nein! Doch! Oh du, ich riecht man sich auf! Okay! Zehn Buchstaben! Ihr werdet so lachen! Das sieht dann an der Tür aus. Ist es eine Tür? Nein! Ist es... Etat? Ja, ich glaube ich werde wirklich so lachen. Ist ein bisschen eng um die Brust. Okay, ich glaube ich weiß, was du meinst. Okay, ich glaube... Nein! Okay, geschafft! Was? Das wird doch nur Nerds, ey! Ja! Und Historiker! Eins von beiden! Das da oben solltest du vielleicht weglassen! Ja! Was denn? Das ist doch Gimli! Gleuzon! Hat Gimli ein Schettenhemd? Guck Buffen! Okay! Okay! Here we go again! Okay, das wird einfach! Here we go again! Gott, muss ich Pipi! Wie geil! Du bist der Hammer! Ich feuer dich grad so! Nee, warte! Falsche Farbe! Oh! Komm schon! So! Im Schlechtsgang! Okay, sagen wir mal so! Schwarz mit Flaggen! Schwarz mit Flaggen! Schwarz mit Flaggen! Mit Scheiben! Jo! Geschicht! Ja! Ja! Ich feuer! Okay! Bin ich mal da! Super! So! Ich bin nicht weiter! Ähm... Wollen wir noch eine Runde spielen und danach, ähm... Wildshit spielen, oder? Muss ich nur die Runden unterstellen! Weil allein das hat ja ne Stunde gedauert! Besser wär das! Ihr seid ja meine süßen Mäuse! Also das müsst ihr wissen, ne? Also so sagen wir mal so zwei Runden genau! Weil ich euch also gerne mag und... Bitte! Ach du Scheiße! Ey Leute, ich bin mal ganz kurz auf dem Klo! Okay, jetzt beginnen wir aber schon! Jaja, bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Fies, Luis! Bei rum! Was soll das denn sein, ey? Ich muss doch mal aufs Klo! Ich weiß doch selber nicht, was das sein soll, Mann! Ich weiß es! Ich auch! Ne, doch nicht! Ne... Ja, okay! Wir alle so... Katze! Was? Wie hast du das denn da erraten? Ey, ich bin ein Kind der 80er, ja? Ne, die Farbe passt irgendwie nicht, ne? Okay, ich seh's glaube ich! Da weiß man das so als Kind, ja... Tadaa! Was hat das mit den 80ern zu tun? Fuchsschwanns-Boy? Wer ist Fuchsschwanns-Boy? letters of Hialur Ach, sorry... Sorry ID, es tut mir so leid! ich glaube darin ist gerade hart am nachdenken er ist ein tier ich glaube er ist ja ich glaube das kann ich hinbekommen so bin wieder da habe ich was verpasst haben wir alle gewonnen ja wir haben alle gewonnen eine erfahrung füchse braun nein das ist kein pokéball nein das war es nicht nein okay ich glaube das was hat was mit folgende sache zu tun hat man ja es hat was mit autos zu tun so viel kann ich schon mal sagen ich muss aufs klo weil es ist im lieferwagen drinne denkt an die form nein mit rad liegst du schon mal richtig aber was für ein rad und ist nicht das ersatzrad es war kein auto weiß es kaum schon rad immerhin einer ich denke das wäre einfacher zu zeichnen leider nicht der fall okay wieder ein fünf buchstaben wort nein es ist nicht fünf es ist auch nicht pönes pönes wäre leicht zu erraten okay ich hab's oder auch nicht ah ukraine logisch ukraine okay ist das schlecht vielleicht kann es ja nicht sein wenn du zerraten hast okay mit näher am ende das ist das nicht als sams das ist mir nicht wirklich ich würde sagen baywatch aber da kann man hinfahren ein steak ein hofen was tut man man fährt ja ist gar nicht schlecht gegen nordsee ist gar nicht schlecht wir fahren an die küste junge wir sind so küstenlümmels ich hatte es doch fast aber nur fast ich habe nur ein buchstaben vertippt ach du scheiße wir werden so lachen das ist so schwer jetzt winken okay das ist ein nope nope ich bin du du Okay. Ja. An... Bei. Bei. Ach so. E-Mail? Nein. Genau, E-Mail ist schon mal gut. Und da ist manchmal... Ach so, ich so... Okay, ich hab's. Was? High and by. Nein. Ähm... Wenn man etwas dranhängt an der E-Mail. Nennt man das auch? Ah, sehr zucker. Nice. Ich brauch dafür nicht immer Tipps. Nee. Ja, war doch geil, Alter. Dass ihr das erraten habt, hätte ich nicht... Runde zwei. Digimonster. Come on, bitch. Oh Gott. Hey. Nicht mit diesem Ton, hm? Gib's mir richtig. Ganz egal wo. Ey, wie soll man das denn machen? Oh boy. Ah, ich hab's. Digitiert wird für Digimon. Ja, der Fett ging nicht mehr. Okay, das ist ein... Oh, wie geil! Doch, was? Nee, warte kurz. Berge... Berge? Ah! Nee, 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 nee. Berge eigentlich nicht, aber... Ach Gott, ey. Ich wollt Wald schreiben, aber Wald ist definitiv kleiner. Ähm... Warte, ich glaub ich hab's. Nee, ich hab's ja nicht mal selbst eigentlich. Äh... Scheiße... Okay, es soll irgendwas mit Weltweit sein. Ja, nee. Ja. Wie hast du das denn erraten? Kannst du mich verarschen? Alter... Nein, das kannst du nicht sagen. Hat so gut gezeichnet eigentlich. Und er hat auch was vorgeschlagen. Er hat auch einen Buchstaben vorgeschlagen. Naja, aber... Okay, ich bin... Komm, gar nichts mehr! Ich bin froh. Na komm, Digi, wollen wir rausgehen zum Wandern? Na, ab in die freie... Ja... Richtig, schön rein in die! Okay, ich seh schon. Natur wollte ich grade schreiben. Das war gut! Das war schlecht! Was? Ich hab's nicht gemacht! Ja, du ja! Oh, frick frick frick! Wie mach ich das jetzt? Okay. Oh, aber... ID ist wieder ganz ruhig. Hä? Es ist nicht gut. Hä? Ich sag's doch gar nicht. Ja, du bist wieder so ruhig. Ja, eben drum! Man bekommt es am Ende des verschiedener Besuche in Gastronomie. Nicht Trinkgeld, aber es hat damit was zu tun. Ja, Kassenzettel ist nah genug dran. Ich hab nicht so viele... Ja, wollte ich grad sagen! Sorry! Da kann's ja jeder erraten bei sowas! Das ist ja voll langweilig! Ich will, dass ihr es erratet! Ja, aber so viel... Ah! Egal! Was? Oh boy! Oder? Ja, okay, hast du auch ungerecht, aber gleichzeitig ist es so... So, jetzt ist VLP dran. Die zeichnet mir sowas. Fünnif! Fünnif! Was ist denn Fünnif? Fünnif! Okay, das sieht blau aus! Fünnif! Nein! 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 Geschafft! Was? Geschafft! Hm! Was!? Blaumann, was? Inwiefern ist das ein Blaumann? Okay, besoffen. Nein! Doch. Ja, aber gar nicht schlecht eigentlich. Wollte ich gerade sagen. Also eigentlich so schlecht ist es nicht. Ja, ich hatte an Schneeflocko gedacht, aber naja. Ja, aber ganz ehrlich, wie würdest du Frost zeichnen? Deswegen habe ich ja noch die Erde gemacht. Aber halt so, um das anzudeuten. Ihr werdet so lachen, oh mein Gott. Buchstaben? Ihr werdet so lachen, noch nicht lachen. Aydaria? Wow! Ich glaube, ich habe es. Ja, ich hatte das Letzte, aber ich hatte es. Kniss. Aydaria so Kniss. Ich bin ein Kniss. Kniss, Kniss. Ja, ich sollte doch mal was anderes machen. Pokémon! Genau, Digimon heißt Digitalmonster und Pokémon heißt Pocketmonster. Genau. Daher kommt, das ist nur die Abkitzung. Okay. Oh Gott. Nope, das ist es nicht. Ja, geschafft. Wie bitte bist du darauf gekommen? Ähm, abstraktes Denken. Ah, ich weiß es. Wie heißt das? Das ist nicht die Waschbox. Was ist denn ein Seilgarten? Hä? Du weißt nicht, was ein Seilgarten ist? Komm schon. Ein Seilgarten. Du bist Mama und was? Du bist Mama. Ja, Hochseilgarten. Genau. Ein Seilgarten. Ein Seilgarten. Ja, ist auch ein Seilgarten. Wie soll ich das anders sagen? Du bist Sünde Nummer 7. Was? Ähm, warte kurz. Was war's? Ist das eine Anspielung auf den Film 7? Gewesen? Pönismaschinen. Hör auf mit deinem Pönis. Alter, Aria. Ich kann auch an nichts anderes denken. Gustav. Das ist doch keine Gartine. Ja. Wirklich nicht. Das ist ein Blödsinn. Also sowas Blödes habe ich ja noch nie gelesen. Gartine, so heißt unsere Nachbarin. Oh boy. Oh boy. Das ist ein Blödes. Alter, wieder mal. Oh man. Okay. Oh, 10 Buchstaben. Es geht um ein Spiel. So viel kann ich schon mal verraten, aber mehr auch nicht. Um ein Spiel. Ich möchte, I want to play a game with you. Verraten? Nicht immer so viel. Ich weiß es. Fälle finden, dass ich... Nee, doch nicht. Nicht taut sie, aber nah dran. Du hast schon wieder zu viel verraten, ey. Und es geht um... Und das Ding, was sie benutzen. Ja, mir geht es genauso, Diggi. Wieso ratest du? Äh, verrätst du immer so viel? Damit die überhaupt nicht Chance haben. Seil, ich sag, das geht um das Ding. Ja, aber man soll es doch mit dem Bild erraten. Ich glaube, wir müssen uns alle muten, wenn wir mal zeichnen. Es geht um das Ding, was ich benutzen habe. Also, der Zeichner muss sich muten, meine ich. Also, nur einer. Gott, äh... Ach, ich glaube, ich... Ja, passt du. Seil. Ja, du hast es schon richtig geschrieben. Ein Aria, nur anders. Es geht um das Ding an Sech... Siehst du, ich gebe sogar Hilfe und schon... Und trotzdem... Ja, aber das ist doch das Lustige an dem Spiel. Ja, aber... Egal. So. Ah, ich weiß es. Was hast du da geschaut? Okay, was, ich würde es nicht wissen. Nein, Greif. Aber sich über meine Kokosus aufregen, ne? Pokeball. Nein. Okay, ist es... Entweder ist das haarig oder einfach nur... Was machst du da? Nein. Iiiiih... Wieso? Hat er einfach geschrieben. Oh, nein. Wo... Wo machst du das denn jetzt nicht mehr? Nein! Tu es doch einfach nicht. Atom... Das ist ja eigentlich interessant. Wurscht? Ne, warte kurz. Wieso sollte das gut für Jesus sein? Und man sieht, dass man da kein Bild von machen darf? Von Jesus schon. Von Gott nicht. Nein, es ist das, was ich denke. Ist nicht dein Ernst! Nein! Das ist nicht dein Ernst. Wie kann man das denn zeichnen? Ein gelbes Ei? Nein! 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 Nutella! Das ist nicht dein Ernst! Ja, wie soll ich denn das noch zeichnen? Nest. Okay, naja. Nur gut, ist nah genug dran. Ist nah genug dran. Ist nah genug dran. Ach, ist auch für Linus. Ich war überhaupt... Bevor wir dann so lachen. Was sagst du vorhanden? Ich weiß nur, dass ich dringend aufs Klo muss. Ich auch. Ja, müsste ich danach auch mal. Ja, bevor wir Wettet spielen. Tee. Kann das denn keine Hunde sein? Okay, ich glaube ich... Vielleicht. Nein. Ja, Auto ist nicht schlecht. Ja, es soll irgendwas zum... Ja... Es soll irgendwas zum Fahren sein. So viel sehe ich schon mal. Was? Kost? Nein. Was? Nein. Okay, ja. Jetzt ist es einfach. Was? 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 Er hat doch... Wo solltest du denn so ein Ding zeichnen? Gelb. Gelb, stimmt. Aber die sind heutzutage nicht mehr gelb, die Dinger. Ja, okay, aber klassischerweise sind sie gelb. Hier mit grünen Steinwerfern. Was? Das ist jetzt geschafft. Ah! 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 So! Wie gern würde ich das... Wie gern würde ich das grad im Gesicht sehen? Guck den Stream. Jo, und ich geh mal aufs Toilet. Ja. Ja, da muss ich auch hin. Ja. Und ich werde auch schon mal... Obwohl, davor werde ich nochmal kurz meine... Äh, hier... Widgets starten. Hab ich gewonnen? Zweimal? Hör auf an zu mir. Wir sehen uns gleich, ihr Süßen. Ich liebe euch so hart. Ohohohoho. Äh, boah. Bis gleich! Mhm. Bis gleich! Äh, Aydaria? Was? Was willst du denn? Kommst du zu mir? Ja. Ah, super! Bis gleich! Bis gleich! So. Jo, dann bin ich auch mal kurz... Ja. Einmal... Bist du da? Die frische Pause. Äh, das hier? Bis gleich! Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020